Ja, hallo! Erster Tag ist geschafft. Wie man sieht, extremst erfolgreich, total geil. Zweite Platz, 90s, total der Burner. Ja, total krass. Was waren denn Ihre Highlights heute? Ja, der Wahnsinn, ein Lincoln Mark II war da, das ist natürlich schon mal richtig heftig. 750 Imperial, Coupé, auch geil, 63 Imperial, 4-Tourer. Einiges zu verkaufen, alles ziemlich teuer. Äh, ja, was gab es sonst noch, total crazy alles, total heiß, total geil, absolute Burner, hat sich voll gelohnt schonmal.